Günther, sag mal, hast du vielleicht diesen Bauplan gesehen? Was denn für ein Bauplan? Der bei uns auf dem Tisch lag, aber da liegt ja nichts mehr. Ach der, ja Gott, das war ja alles verkehrt. Das muss ich ja alles neu machen mit der Statik da. Was ist los? Günther, du siehst doch gar nichts. Gib mal her jetzt den Plan. Den hab ich doch verschickt. Die sind ja längst am Bau. Ach du Schande, wo hast du den denn hingeschickt? Nach Pisa, schon doch auf dem Zettel. Wenn das mal keine Reklamationen gibt. Dann wirst du sehen, der Turm steht da wie ein Eins.